sind dies die leisen schritte der überlebenden und damit herzlich willkommen liebe leute zu einer neuen folge von let's play resident evil 0 ganz genau und genau wir waren beim letzten mal hier mit rebecca und billy weiter unterwegs und genau ich gucke immer gerade unser inventar weil ich glaube uns geht es gerade nicht ganz so gut ja wir waren ach genau ich war mit dem uhrenzeiger da unterwegs das müssen wir bei der uhr oben einsetzen aber ich würde ganz gerne noch mal kurz einmal was nachlesen weil es gibt ja auch hier bei diesem teams gibt es ja auch einen shortcut für solo und team so wartet mal solo team mit e wechseln sie zwischen solo und team verhalten hat ok und dann gab es noch eine sache und zwar wo war das jetzt audio das war das vielleicht hier weil es gab auch die möglichkeit irgendwie dass die beiden miteinander sprechen billy und rebecca aber ich glaube das kann man hier gar nicht mehr so einstellen standard einstellungen ja noch mal standard einstellungen ach verdammt nein bitte voll bild wieder natürlich voll bild genau und jetzt habe ich gerade ein bisschen was sorry das ist jetzt gerade so ein bisschen einstellungssache das hier war glaube ich bei der auflösung genau weil das ist für auch mein monitor angepasst genau ok ja schade dass es das so nicht gibt aber nur gut also mit können wir hört euch das seht ihr jetzt sprechen die miteinander ok ich verstehe schon und wenn wir hier so ok so sagen sie allerdings nix ok aber ich finde das cool hier das wollte ich doch sagen freunde alles klar so dann hattet ihr mir noch ein paar tipps gegeben und zwar ich habe in zwei räumen wohl dokumente übersehen ja das ist mir tatsächlich passiert ich glaube das war einmal da die beiden räume sind oben da können wir direkt hin stapfen genau und ja dann freue ich mich erst mal wieder hier eingeschaltet hat bei resident evil 0 ich nehme jetzt tatsächlich in innerhalb der woche mal auf das bitte billy vorgehen innerhalb der woche tatsächlich weil ja ich bin gerade allein zu hause und arbeit wollte relativ entspannen von daher ach okay lohnt sich das die abzuballern nein hier schaut euch das an hier ist ein dokument da geht es ja für gut los alles klar hinweis für alle mitarbeiter ein uraltes dokument die schrift ist kaum lesbar es finden regelmäßig treffen der forschungsteams für impfstoffe und infektionskrankheiten statt für beide gilt sicherheitsstufe fünf besprechungsorte e1 westen kontrollraum etage 2 südosten konferenzraum der zugangscode lautet 0815 0815 das könnte wichtig werden weil das sah so aus wie eine uhrzeit ja das war gleich mal gucken was es damit auf sich hat und genau dann war das ja im endeffekt direkt hier hoch und genau naja gehst du bitte in der woche auf mal an einem donnerstag und auch wenn es heute sehr warm ist also es ist ja wieder grenzwertig draußen sprich auch hier in unserer wohnung also draußen sind 30 grad hier in unserer wohnung schätze ich mal 23 24 grad ist noch so gerade an der grenze wo ich aufnehmen kann und ja weiß nicht wie es euch da geht aber ich bin ein bisschen empfindlich genau hier freunde hier war das hier war doch auch noch ein dokument seht ihr das hier guckt mal da ach das war einfach eine karte ja vielen dank lieber ellis dass du mich darauf hingewiesen hast dass wir hier tatsächlich noch die karte übersehen haben und da sehen wir dass wir noch einiges einiges zu tun haben werden in dieser ausbildungsstätte meine güte ist schon ordentlich aber ich finde es ja cool das ist wieder so typisch resident evil ja einfach gebäude erkunden schritt für schritt und allerdings gefällt mir gerade der gesundheits zustand von rebecca nicht besonders die ist immer noch auf orange wird sei dass wir hier bald mal ein bisschen heilung kriegen ja wir müssen hier oben durch oder das war da war das da nein stopp es war gar nicht da wo war denn das guckt mal da oben ist noch so ein kreisförmiger raum ach ja ach und hier können wir gucken welche objekte da drinnen liegen da liegt unser jagdgewehr und hier nur die kralle nur der greifhaken wichtiges objekt farbband heilung ach cool guck da war für position ja gut aber im moment haben wir doch nicht so viele items dass wir da verwirrt werden könnten ich würde sagen wir gehen jetzt einfach schnurstracks zum zeiger ich glaube ich weiß wo der ist der war glaube ich auf der anderen seite wenn wir nach unten gehen auf der karte hat die tür ist zu da unten der war ganz oben auf jeden fall ebene drei wo war das denn jetzt noch mal aber ich glaube das war hier das war doch da wo wir mit dem aufzug hochgefahren sind alles klar was heißt wir müssen an die treppe das heißt wir sind gar nicht so falsch okay wunderschön dann würde ich sagen stapfe weib aber wieder hier durch die tür und ja dann freue ich mich dass man wieder eingeschaltet habt zu resident evil 0 und 8 diese musik hier die macht mich schon wieder total nervös hier hat die musik in diesem spiel ist auch wieder erstklassig typisch resident evil halt und ich glaube rebecca du bleibst mal bitte hier du weißt bitte hier weil du bist orange und hier draußen sind vögel und das muss nicht sein so lauf bitte schnell billi lauf einfach lauf einfach durch und da kommen sie aber wir sind rechtzeitig da sehr gut die sind zum glück langsam die trottel sehr gut oder hat jetzt rebecca den den zeiger bitte nicht ach gott danke ich habe zum glück den zeiger hier mit billig gehabt genau hier vor allem das hier eine massive uhr genau der minuten zeiger scheint zu fehlen ja billi dann benutzt doch mal den blut zeiger so sehr schön genau eine massive uhr zeiger bewegen wir müssen tatsächlich nur uhr einstellen 0 8 15 ich würde sagen das probiere ich mal wir bewegen mal den minuten zeiger jetzt mal auf die 15 das sieht ziemlich stylisch aus also hier bei resident evil stehen die auch auf uhren so wie es scheint das war auch bei resident evil 2 und 3 gab es auch eine uhr so 8 15 primetime beste zeit um sich meine beaters anzugucken nie spaß so da haben wir das sehr schön aha noch was jetzt okay sehr schön das heißt wir haben jetzt wieder zwei türen zum erkunden und das ding läuft die sperre wurde bereits gelöst cool freunde das heißt wir können jetzt wieder zurück zu rebecca die beiden neu eröffneten türen mal erkunden und lauf bitte direkt los lauf direkt los ich habe keine lust auf diese blöden vögel dass die uns erwischen hier sehr sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut ja und schnell rein das haben wir geschafft meine sehr schön freut mich sehr und rebecca du kommst bitte wieder mit du kommst bitte wieder mit so haben wir das doch mit dem quatschen was habe ich denn da eben versucht gut ja mir macht es allerdings sorgen dass wir nicht wirklich genug heilung und munition haben das war glaube ich schon in der letzte folge das problem könnte noch spannend werden gut aber ich glaube das ist auch so ein bisschen die hier reingegangen das ist auch so ein bisschen die spannung wenn man es auf normal spielt ich glaube auch vielleicht hätten wir viel mehr munition aber auch vielleicht ist halt auch ja auch leicht das macht doch keiner freiwillig naja ich weiß nicht wie ihr das seht aber ich spiele spiele gerne auf spiel ist ganz normal weil das halt so die originale schwierigkeit ist so hier die tür der vertreten aufgemacht da bin ich mal gespannt was jetzt hier abgeht ich hätte vielleicht vorher rebecca trennen sollen ja da sind das sind aber doch zombies wartet mal rebecca du kannst bitte mitschießen ich habe die auf inaktiv gestellt aber machen angriff so du kannst bitte mit schießen rebecca schießt drauf schießt drauf rebecca schießt drauf schießt drauf ist hier raus ich gehe einfach mal raus das war jetzt geil so rüste bitte dich schrot aus ich bin bei einer null munich und der becker du schießt jetzt bitte mit oder hast so keine waffe ausgerüstet die wüssten jetzt resettet sein eigentlich oder die sind resettet ja okay hat rebecca keine waffe ausgerüstet hast jetzt keine bodybeer ja toll dann ist das natürlich dann ist das natürlich mega geile ich schießt einfach mal ins blinde aber meistens trifft er schießt weiter so wunderbar aber ich habe auch keine position ja oh gott ja dann muss ich jetzt hier ihn hier machen so und er steht auch noch bei auf meine schöne body ja toll gott ist das brutal ja und rebecca ist voll wenn wir so fünf shotgunschuss und granatenwerfer ja toll gut aber dafür einen neuen raum hier lesen wir mal ein gedicht der mond beugt sich der erde die erde ist der sonne treu und das allmächtige gesetz der sonne regiert alles dies ist der schlüssel der weg zum rum all unsere hände können die tür zum himmel nicht öffnen naja also gereimt hat sich das jetzt nicht was macht ihr komische gedichte aber gut ich habe irgendwie ein ungutes gefühl ach guckt mal da was ist das denn noch durchs fenster sehen sie einen stockfensteren wald das gleiche wie im ersten teil so was ist denn hier das jetzt so ein mikrofilm noch einer aber da haben wir zwei stück danke danke ihr seid wieder lieb zu mir gewehrposition sehr schön im regal stehen ordentlich aufgereihte dokumente es scheint nichts interessantes dabei zu sein ja stimmt das ist alles ganz gewöhnlich gut vorne dann müssen wir hier wieder raus dann war dann war es das hier schon scheinbar diesmal habe ich nichts übersehen und was ich denn diese einigerung ja tatsächlich nein und ich weiß wo wir hin müssen das gefällt mir nicht wir müssen zu unserem zombie freund da zu dem typ der ja nicht platz zu machen ist mit normalen waffen und da lasse ich jetzt rebecca aber hier so gut ich renne jetzt einfach an dem vorbei wenn er kommt ich habe keinen bock auf die ja lauf einfach da vorbei ja siehst du seht ihr da kann man einfach dann vorbei laufen ja okay dann laufe ich jetzt einfach an dem vorbei ich meine wenn wir den ich kaputt machen kann dann lieber so und wir haben schon wieder zum bisher natürlich und ich sehe ihn wieder nichts so alles klar ja dann kommen her getrüppelt mein freund mein zombie freund und kopfschuss perfekt weiter geht's der nächste kann kommen hier ich habe jetzt wieder genug budding für euch und das sieht krass aus mit der ohr geht die bloß weg noch irgendeiner nee das war es das war effizient das war doch zum ersten mal effizient so was ist das jetzt hier für ein ding das ist ein projektor für unsere filme guckt mal ein mikrofilm projekte ohr neueste technik hätten sie ein mikrofilm könnten sie ihn hier abspielen oha 90er technik aber wir können den mikrofilm b einsetzen das heißt wir brauchen noch den anderen projekt aber nutzen noch mal ein bizarres wo sei es zu sehen die zahlen 1 bis 9 und die buchstaben gut das heißt wir müssen von rebecca noch mal diesen anderen mikrofilm habe ich nicht haben wie munition oder heilung armonie sehr schön munition ihr seid ja doch nett danke meine güte aber das reicht lediglich für ein magazin 30 schuss ja dass das ist wiederum geil dass wir jetzt 30 muni gekriegt haben ich weiß es ist ja schon irgendwie fair aber das mit der wurde hier ist schon ein bisschen wenig muss man sagen gibt es hier sonst nichts das heißt ich muss jetzt noch zwei mal noch drei mal an diesem scheiß zombie vorbeilaufen der wird mich doch einmal treffen der wird mich doch mindestens einmal treffen oder dich hahaha daneben du blöd man daneben gehauen hat da nachher okay so rebecca gib mir bitte deinen film falsche taste gib mir bitte deinen film austauschen dann kriegst du dafür ein boni ist das nicht ein guter deal doch das ist ein guter deal so dann kann rebecca einmal bitte sie wechseln ach sie lädt schon automatisch nach okay das heißt du bleibst wieder hier weil ich muss jetzt noch einmal ganz stylisch an diesem zombie vorbeilaufen macht mich nervös dieser zombie oder was auch immer das ist aber ja jetzt hat er mich natürlich warum geht weg du dummes ding so ach ja natürlich jetzt jetzt war ich zu sicher dass wir das schaffen hat daraus jetzt treiber getroffen lass mich raten wir sind schon gelb nein wir sind noch grün ja okay da ist ja nichts passiert okay noch mal an dieses hightech gerät hier und eigentlich so der mikrofilm aha was ist das über dem bild der sitze steht etwas okay was ist das jetzt ach guck mal eine modiskette kennen wir doch irgendwoher so was ist das hier mikrofilm bild das bild entsteht durch aufeinander legen von mikrofilm a und b die nummern sind auf den sitzen des konferenzraums zu sehen das heißt das ist da oben in der großen tür da ist ja dieser konferenzraum und da können wir jetzt auch diese modisk einsetzen eine ähnliche disk wie wir auch aus dem ersten teil kennen hier und versuchen genau hier systemdisk oder was ist das ja systemdisk auf dem schild steht sicherheitssystemversion 1 1.02 alles hightech hier vom feinsten so noch einmal an dem kollegen hier vorbei und dann geben wir direkt mal da oben in diesen raum rein mal gucken was uns da erwartet so lauf einfach lauf einfach lauf einfach dran vorbei ja danke boah dieser ekelhafte typ so und raus hier sehr schön weil wir haben gerade keine monot auf guckt um den platz zu machen deswegen rebecca komm bitte mit so dann haben wir das ja doch relativ gut überstanden und genau da oben freunde da oben ist der konferenzraum da wo wir auch gespeichert hatten da würde ich sagen gehen wir da einfach mal rein so dann bin ich mal gespannt wer ist das jetzt hier was das jetzt hier ist so rebecca krüppelt sich immer noch hier einen ab ja das ist ein bisschen so willst du eine rede halten nein fahrt für evakuierungsübung gesperrt aktivieren des freigabesystems erfordert systemdisk ja die haben wir da hast du deine boodisk system wird gelesen so wird abgeschlossen freigabesystem aktiviert geben sie dem passcode ein 0 a 0 a kein eingabegerät in der nähe ah ok ich habe es geblickt wir haben ja hier akten 1 und dann wird haben wir hier nicht das akt 2 a hier mikrofilmbild genau wie wir hier wir haben hier diese zahlen 0 bis 9 und buchstaben a bis f was müssen wir noch mal eingeben 0 a ok 0 a das heißt ah genau guck mal jetzt haben wir nämlich hier so so rote dinger und da können wir ja das hier nacheinander anmachen genau und dann wird was ach wir müssen schnell sein wir müssen schnell sein ok was war das jetzt noch mal ich bin so dumm 0 a 0 d oder was war dort im code 0 a ok 0 a das heißt 1 2 3 4 4 4 7 8 9 10 das heißt da müsste das ja a sein das müsste a sein wenn ich mich nicht höh hab ich da was blinken sehen habe ich da was ne das meine ich nur ok das ist nur der schatten ok dann billy da rebecca nein falsche taste rebecca ja sehr schön ok wir haben es geschafft und was passiert jetzt die ritter lassen uns rein sogar noch der weg nach draußen oben mann alles klar dann billy kommen wir bitte wieder her und frage ist wo gehen wir als erstes hin ich würde sagen hier vorne war ja eine ritter tür ne gibt es hier nicht irgendwie noch muni oder so vielleicht in den gingen habe ich vielleicht irgendwas übersehen gut dann rein da rein ja ich hätte eigentlich gern nochmal gespeichert aber alles klar rebecca schieß Rebecca, schieß doch! Was machst du denn? Okay Lass mich bitte vor Ah ja, direkt um die Ecke Ach Du bist Zombie-Vieh Schau doch nochmal Hat der uns gebissen, der Sack Okay Was machst du denn? Warum lädst du nach? Das war wieder so ineffizient Das war dumm jetzt Ich hasse sowas Er kommt ja direkt um die Ecke Dieser Kack-Zombie Jetzt sind wir beide im orangenen Bereich Okay, aber wir sind hier reingekommen Und wir haben hier Einen Gang Mit Türen, die alle offen sind Oh weia So Ja Ich würde sagen, wir fangen hinten an Ich gehe allein Roger Lass mich erstmal alleine Rebecca Ich hoffe, dass wir bald Heilung kriegen Das kann doch nicht wahr sein Natürlich Natürlich sind hier noch welche Ja dann Willst du nicht kommen? Wo ist das Ding? Da hinten Okay Jetzt kommen sie Alles klar Und Kopfschuss So Meine Güte Diese Masse an Gegnern auch hier Richtig pervers Aber gut Oh, Wissenschaftler Schaut mal Und zack So Wissenschaftler-Zombies Interessant So Was haben wir denn hier? Waschbecken Ein Bett Die Untersuchung Das Untersuchungsbett Eines Arztes Ah, das sind Ärzte Okay, ich dachte Das wäre Wissenschaft Die Laken sind voller Blut Ja, danke Jetzt haben wir blaue Kräuter Blaue Kräuter Brauche ich aber nicht Okay Danke Heilungsspray Das kannst du direkt Nee, oder? Nee, ich warte noch ein bisschen Auf dem Regal stehen Medikamente Sie sind zu alt und damit nutzlos Aber immerhin ein Heilungsspray Ah, danke So eine Leine Arzt Das wird Aber da liegt ein Dokument Notizen der ersten Untersuchungseinheit Die Durchsuchung der Anlage zeigt Dass viele der Chemikalien erhalten geblieben sind Die Lagerbehälter sind zu Glück noch alle voll Wir haben gerade erst begonnen Und vieles ist noch unklar Aber es scheint als könnten Durchmischen der Chemikalien Neue Substanzen erstellt werden Okay, wir lassen gleich mal Rebecca hier rein Die Chemikalien sind überall verstreut Nicht wegen des Unfalls Sondern infolge schlechter Organisation Wenn wir die Anlage wieder öffnen müssen Müssen wir ein System für den Umgang Mit diesen Stoffen entwickeln Auf der Rückseite der Notiz ist etwas gekritzelnd Rot und Blau gleich Schwefelsäure Grün und Rot gleich Verdünner Okay Rebecca, komm mal bitte rein Komm mal bitte rein hier Ich glaube, da du ja Chemikalien mischen kannst Ist das, glaube ich, der perfekte Raum für dich Okay Blaue Kräuter Blaue Kräuter heißt, dass eventuell Gegner kommen könnten Die vergiften Aber Ich lasse das erstmal Sieht aus wie eine Art Chemikalie Ins Mischset geben Okay, wir haben jetzt eine grüne Chemikalie So Hier ist das Im Behälter befindet sich eine grüne Chemikalie Anscheinend hat sie eine neutralisierende Wirkung bei Giften Das heißt, wir haben einmal Anti-Gift Okay Sieht aus wie eine Art Chemikalie Ins Mischset geben Haben sie bereits Okay Ja, interessant, Freunde Interessant Auf dem Regal stehen Medikamente Okay Hier gibt es aber auch keine Munition und keine richtige Heilung Also außer das Heilspray Gut, haben wir sonst noch irgendwas hier Nö, sonst haben wir nix tatsächlich Gut, liebe Leute Dann würde ich einfach mal sagen Wenn euch diese Folge gefallen hätte Lasst mir doch mal gerne mal einen Like oder Abo da Und lasst die Glocke läuten Würde mich sehr freuen Jetzt lasst gerne weiter den Kanal Und die Folge ist ja wiederum richtig krass Und ich hoffe, ich hoffe, es hier dann weitergeht Mit unseren abgekribbelten Körpern hier Sehen wir doch mal beim nächsten Mal Und ja Dann würde ich sagen Ich wünsche euch einen schönen Abend Einen schönen Tag Tschüss, tschüss